Weltweit stehen sich gerade Menschen in über 30 bewaffneten Konflikten gegenüber. Nur wer den Mut hat, sich gewaltfrei zwischen kriegerische Auseinandersetzungen zu stellen, kann auch etwas verändern. Das ist die Mission der Deutschen Friedensgesellschaft. Um dieses Anliegen einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, platzierten wir in Kunstausstellungen, an Bahnhöfen und anderen öffentlichen Plätzen eine interaktive Installation. Unter dem Motto Dazwischen gehen, Krieg stoppen, simulierten wir auf zwei sich gegenüberstehenden digitalen Screens eine typische Kriegsszene. Eine Kamera erkennt, sobald eine Person zwischen die Fronten tritt. Kurz darauf senken beide Seiten ihre Waffen. Auf diese emotionale Weise erlebten die Menschen, dass jeder einzelne etwas bewegen kann, indem er vor internationalen Konflikten nicht die Augen verschließt, sondern sich einmischt und dazwischen geht. Via Smartphone und Bluetooth konnte man mehr über die Deutsche Friedensgesellschaft erfahren, Mitglied werden und spenden. Und sie dadurch unterstützen, wann immer es nötig ist, ebenfalls dazwischen zu gehen. Musik 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 Musik